Herzlich willkommen, Freunde der geflickten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Ausgabe meiner Game of Thrones Recap-Serie. Heute dreht sich alles um die sehr epische Folge Battle of the Bastards. Natürlich Spoiler-Warnung an alle, die die Folge bisher noch nicht gesehen haben, oder auch an alle, die generell noch nicht so weit in Game of Thrones sind. Ich sag's jede Woche, schaut Game of Thrones, Leute, was ist los mit euch? So, ja, ich entschuldige mich einmal dafür, dass das diese Woche doch auch wieder später gekommen ist. Ja, ich hatte das eigentlich schon mal aufgenommen, wollte es dann hochladen, sagen wir es kurzum, viele Dinge haben nicht so funktioniert, wie es normalerweise funktioniert. Und irgendwie ist alles grandios gescheitert und jetzt nehme ich das nochmal auf. Will mich auch etwas kürzer als bei meiner Originalaufnahme fassen, die waren nämlich auch sehr lang, irgendwie fast 50 Minuten. Das wollen wir jetzt nicht machen. Ja, ich habe auch beschlossen, ich werde ein bisschen weniger irgendwie, was ja auch relativ viel Zeit immer wegnimmt und warum ich das immer mache, habe ich mir eigentlich die gesamte Zeit schon gefragt, ein bisschen weniger direkt quasi nochmal nacherzählen, weil alle, die das schauen, haben ja die Folge eh gesehen. Also somit ist es ja wurscht. Gut, also Battle of the Bastards, ja sehr epische Folge. Wir haben zwei Storylines, die behandelt werden und viele haben das ja auch schon so als Metapher auf die ganze Serie beziehungsweise auf den Namen der Bücher und so bezogen, Song of Ice and Fire. Wir haben nämlich nur Daenerys und Jon Snow. Und ja, generell sehr viel Kampf, sehr viel CGI war auch, ich glaube, die tollste Folge, die sie bisher produziert hatten. Allein, weil sie vor allem für das Schlacht, für das Schlacht, für die Schlacht, ja bei Winterfell relativ viel drehen mussten. Sehr viele Statisten noch hatten, sehr viele Menschen einfach da waren und sehr lange auch gedreht haben, wo sie wohl noch nie so lange gedreht haben. Dementsprechend wurde das dann alles teurer. Und auch mit der Daenerys-Szene, das war natürlich sehr viel CGI, dementsprechend auch relativ teuer. Und so kann man dann auch schon mal in die nächsten Seasons blicken, die ja, wie gesagt, keine zehn Folgen mehr haben werden, sondern die nächste, glaube ich, nur noch acht und dann noch sieben, die letzte Season. Aber die Folgen werden halt immer größer, immer epischer. Es gibt ein bisschen weniger Story zu erzählen, dafür halt krassere Folgen, wenn man so will. Theoretisch. Wir werden sehen, wie sich das ausspielt. Aber diese Folge, ja, Meereen, Daenerys ist ja wieder da, ist ja wieder am Start und da wird noch mit dem Sklavenmaster so ein bisschen was ausgehandelt. Im Endeffekt werden sie einfach nur gescrewt. Und dann kommt Drogon wieder an und Drogon ist einfach verdammt, verdammt groß. Und ich hatte wirklich in dem Moment, als Daenerys dann mit Drogon wegfliegt und überhaupt und dann die anderen beiden Drachen noch ausgebrochen sind und es dann einfach nur abgeht und sie ein paar der Schiffe niederbrennt, hatte ich einfach nur, keine Ahnung, Gänsehaut. Das war einfach ein epischer Moment. Und es war ja auch nochmal so ein Payoff oder Throwback nach Season 2 oder 3, als sie damals die Ansalit bekommen hat. Weil da hat sie ja, da war Drogon ja noch relativ klein und an so einer Kette und so und da hatte sie auch Dracarys gesagt und so. Und diesen alten Ansalit-Sklavenmeister da verbrannt und jetzt verbrennt sie halt so ein Sklavenhalterschiff und so. Und keine Ahnung, es war halt... Ich fand es relativ episch, muss ich sagen, als sie dann wieder bosshaft oben auf ihrem Drachen saß und an Dracarys gesagt hat. Ich habe aber auch schon relativ viele gehört, die meinten, dass das irgendwie nicht ganz so nice war. Ja gut, also man kann darüber durchaus diskutieren. Aber ich fand es in dem Moment halt irgendwie ganz nice. Und ich finde halt diesen Soundtrack, der halt bei Daenerys immer, wenn sie sowas macht, kommt. Dieses abbauende, was da auch kam, als sie bei Unburned 2.0, wenn man so will, also als sie die ganzen Karls in der Hütte da, in dem modernen Tempel, whatever, verbrannt hat. Und das ist immer dieses Abrollen. Und dann kommt dieses, die zwei großen, quasi, es müssen irgendwie Cellos oder Bass sein, so Kontrabass-mäßig, ja Kontrabass nicht, so Cellomäßig halt. Es ist auf jeden Fall so episch. Jeder, der weiß, was ich meine, weiß, was ich meine. Ja, sehr cool. Und sonst, ja, kommen vor allem Tyrion, äh, Quatsch, Tyrion, äh, Theon und Jara endlich zu Daenerys und, äh, bieten ihre, jetzt haben wir es auch nochmal gehört, explizit 100 Schiffe, äh, an. Im Austausch dafür, dass quasi Daenerys ihnen hilft, die Iron Islands zurückzuerobern und die dann wieder unabhängig werden. Und da stimmt Daenerys dann auch zu, in dem Zusammenhang, dass quasi, ähm, ja, ihr alter Lebensweg, also der, der Ironborn quasi aufgegeben wird. Weil, ja, keine Ahnung, so Wikinger-mäßig rum, äh, fahren und raiden und, keine Ahnung, alles vergewaltigen und so, ist halt dann nicht so in Daenerys Interesse. Und sie sollen halt auch das, den Zusammenhalt der, äh, sieben Königreiche halt irgendwie doch weiter ehren, obwohl sie auch dann unabhängig sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich fand's cool und ich fand's mal ganz nice, dass es jetzt nicht so wieder irgend so kompliziert geworden ist, sondern weil, äh, Jarrah und, oder Theon und Jarrah und Daenerys sich, obwohl Tyrion am Anfang nochmal so ein bisschen über Tyrion hergezogen hat, weil das letzte Mal haben die sich halt in Winterfell in Staffel 1 gesehen. Und, ähm, da war Tyrion ja noch so ein bisschen so ein Penner. Muss man einfach sagen, irgend so ein Jugendlicher möchte gern. Und, äh, der sich über Tyrion als Zwerg, als Zwerg, Zwerg, als Kleinwüchsigen lustig gemacht hat. Und, ähm, ja, war halt dann, fand er nicht ganz so cool natürlich, äh, ganz so cool natürlich in Erinnerung. Ähm, aber im Endeffekt sind sie sehr gut zusammen ausgekommen, zumindest bis jetzt. Und, äh, bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und, äh, im Teaser für die nächste Staffel, äh, für die nächste Staffel, für die nächste Folge kommt Daenerys auf jeden Fall nochmal vor. Ob wir sie jetzt wirklich lossegeln sehen, weiß ich nicht, aber ich hoffe es, weil dann können wir so Marine jetzt mal als abgehackt betrachten. Weil ich bin ganz ehrlich, ähm, so Daenerys da die ganze Zeit was anderes, äh, macht, ist irgendwie nicht ganz so cool. Also die ganze Zeit so, oh, wir müssen Slaven fahren. Das ist ja alles schön und gut, eine noble Aktion und alles. Aber ich finde, jetzt soll es auch mal nach Westeros kommen. Also, keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch auf, äh, irgendwie auf Instagram oder sonst wo irgendwie schon so ein, äh, gephotoshopptes Bild gesehen, wo so Jon sieht. Es war aber gut gephotoshoppt. Im ersten Moment dachte ich so, Moment. Aber, ne, der zweite Blick hat es dann gezeigt. Aber, ähm, wo Jon auf dem Pferd sitzt und neben ihm so Daenerys und hinter ihm so Stark-Banner und Jagerion-Banner und shit. Und man denkt sich nur so, oh, stellt euch das einfach mal vor. Wie, wie nice das wäre. Wenn die beiden so, ne, werden wir nächste Woche ja hoffentlich auch noch das Tower of Joy-Payoff bekommen, ähm, mit Bran. Äh, also er kommt auf jeden Fall nochmal vor natürlich. Nächste Folge. Nächste Folge, was wir da genau sehen werden. Ich, keine Ahnung. Aber der Actor vom jungen Ned Stark, der Schauspieler, der ist ja auch auf jeden Fall wieder verpflichtet. Dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, dass wir da auf jeden Fall noch irgendwas sehen, was genau, wie explizit sie es jetzt quasi machen. Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe aber schon, dass es so, dass der, ich habe ja schon mal irgendwo mich gefragt, was so der große Revealer ist jetzt am Ende? Der Twist, wenn man so will. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt als den Twist nehmen. Ähm, und ich fände es auf jeden Fall cool, ja. Natürlich auch vielleicht noch was White Walker-mäßiges, wir wissen es nicht, aber, äh, ja. Und natürlich Cersei, die mit Wildfire irgendwas in King's Landing abfackelt, um aus ihrem Trial zu entkommen. Weil das ist ja natürlich auch nochmal ein ganz großes Storyline, die nächste Folge, ja, quasi nochmal behandelt wird. Generell werden ja viele Storylines die nächste Folge dann nochmal beendet, weil wir ja nur zwei hatten, wie gesagt. Und, äh, die zweite neben Daenerys war natürlich, das, die Schlacht von Winterfell, sehr, sehr episch. Sehr viele coole Shots, die einfach, ähm, von der, ja, von der Kameraführung und generell von der Cinematography, wie man so schön sagt, ziemlich nice waren. Wirklich für mich gefühlt auf Filmniveau waren, ja. Sehr episch. Also es gibt viele Filme, die es nicht schaffen, sowas Geiles zu machen. Und das, wie gesagt, mit TV-Serie. Natürlich, es ist HBO und es ist fucking Game of Thrones. Game of Thrones ist einfach, ähm, so in den letzten Jahren einfach das größte TV-Ding und Erlebnis überhaupt gewesen. So Breaking Bad war auch noch relativ groß. Walking Dead ist auch noch relativ groß, glaube ich. Was gibt's sonst noch? Äh, ja. Dann gibt's halt noch viele andere Serien, die cool sind und groß sind, aber die halt, weiß ich nicht, ob man da noch irgendwas hinzuziehen könnte zu dieser, einfach, zu diesen unendlichen Ausmaßen, die Game of Thrones einfach angenommen hat. Ähm, was ich aber definitiv cool finde. So, also, ne, ich gönne es der Serie sehr und es gab ja auch schon allgemeine Kritik, so dass Staffel 5 und 6 jetzt anders sind als die ersten paar Staffeln, die ja deutlich dialoglastiger waren, wo es ja deutlich mehr um das Game of Thrones, ähm, an sich ging. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass es eine gute Kurve geschlagen wurde, so jetzt, ähm, weil jetzt passiert halt wirklich auch, früher wurde immer erzählt, ja, damals, als Robert die Rebellion gemacht hat und dies und jenes und überhaupt. Und jetzt werden halt viele Sachen auch mal expliziter gezeigt, weil jetzt werden wirklich neue Geschichten geschrieben mit den neuen Charakteren, die wir halt haben, allein diese Schlacht, die wir jetzt hatten, ist halt einfach was Neues, wovon sie in 100 Jahren quasi in der Welt von Game of Thrones noch erzählen werden, wenn ihr wisst, was ich meine. und all so ein Kram, ja, ähm, ja, und halt, der Krieg mit den White Walkern rückt, äh, deutlich mehr in den Vordergrund, als jetzt, äh, wer jetzt gerade auf dem Iron Throne sitzt, so. Das ist in King's Landing natürlich noch deutlich relevanter, aber im Norden ist das halt schon so, oh, da muss man sich schon auf den wahren Feind vorbereiten. Aber gut, kommen wir mal zur Schlacht an sich. Äh, es gab ja vorher noch ein Treffen mit Ramsay und Jon und Sansa und so und natürlich, äh, Leara Mormont, die halt einfach wieder böse guckt, diese Zehnjährige. Egal, ähm, es ist bei einem Endeffekt ein Gespräch, wo sie versuchen, einen Kampf zu vermeiden. Ramsay will natürlich, dass Jon, äh, ja, sich beugt, vor ihm niederkniet und alles aufgebt und überhaupt. Und, äh, Jon ist mehr so, yo, wir machen 101, dann, ne, ist die Sache auch geklärt und das entscheidet dann alles. Ramsay wiederum natürlich, ja, ich hab eine größere Armee, ne, wieso sollte ich auf so einen Scheiß eingehen, und so, so, das Pay-Off dieser Szene war aber einfach nice, weil Sansa einfach badass gesagt hat, you're going to die tomorrow, Lord Bolton, sleep well und dann reitet sie so weg, wird nochmal so raus, äh, geschnitten, dass man das Ganze quasi von, äh, außen nochmal sieht und sie reitet einfach so weg, alle anderen stehen noch so da und denken so, oh, ähm, okay. Ne, und dann hat man halt noch Kriegsrat und, äh, äh, Davos, das wird nächste Folge, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen wichtiger, findet, ähm, den Hirsch, den er mal, ähm, Shireen gemacht hat und er mochte sie ja sehr so als, so ein bisschen irgendwie Onkel, Tochter, äh, Onkel, Nichte oder Vater-Tochter-Verhältnis, war das ja auch so, an Banden zwischen den beiden immer, ähm, und jetzt findet er halt heraus, dass sie verbrannt wurden und schließt dann natürlich auch die Schlüsse, dass Melisande dahinter steckt und wird dann, hat am Ende der Folge auch schon ein richtiges Murder-Face ihr gegenüber drauf. Ich bin mal gespannt, wie sich das so ausspielt, was sie, ob sie irgendwas mit Melisande machen, im Teaser hat man schon gesehen, dass er das Ganze quasi auch zu Jon Snow trägt, wenn man so will, dieses Anliegen ihm vorbringt und, ähm, ja, mal sehen, mal sehen, wir werden sehen, wie sich das ausspielt. Ob Melisande vielleicht auch einfach so verbannt wird, direkt aus Winterfell, keine Ahnung, ähm, ja, naja, äh, ja, Kriegsrat natürlich, Sansa ist ein bisschen enttäuscht, dass Jon ihren, ja, ihre Einsicht quasi in Ramseys Kopf und generell, weil sie ihn ja kennt, äh, aus der, äh, florierenden Ehe, natürlich, nee, aber sie kennt ihn natürlich und weiß so ein bisschen, wie er drauf ist und dass Jon wohl ihren Rat nicht so oft, ähm, rangezogen hat, wie sie es gerne gehabt hätte. Aber kommen wir mal zur Schlacht an sich, ähm, ja, natürlich, Jon Snow mit seiner Armee an Wildlings, 62 Mormons, äh, ein paar andere kleinere Häuser und, 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 äh, relativ unterlegen, muss man sagen, ja, ungefähr die Hälfte an Soldaten, glaube ich, wie Ramsey wird auch mal so erwähnt, Jon Snow so ungefähr 3000, Ramsey 6000, äh, ja, sieht nicht gut aus, ja, kann man auch so mal so sagen, und das beginnt dann quasi mit Rickern, der vorgeführt wird und, äh, Ramsey, der mir zählt, lauft zu Jon, keine Ahnung über, was weiß ich, 500 Meter, weiter weiß ich, wie viel das ist, eine doch relativ weite Strecke, ja, muss man sagen, und Ramsey schießt dann mit Fall und Bogen auf ihn, ähm, es war relativ cool geschnitten an einer Stelle, weil nur zwei, drei Pfeile schießt er natürlich mit Absicht daneben, aber dann der vorletzte Pfeil, da denkt man so, oh fuck, er trifft jetzt schon und man, ich war generell, ja, vor allem in die Schlacht und so, ähm, war ich, muss ich sagen, war in dem Fall gut gemacht und, äh, man hat da natürlich auch eher ein bisschen naivere Gedanken in den Momenten, aber war ich recht involviert, also, muss ich sagen, hat mir irgendwie in dem Moment sehr gefallen und ich war immer so, fuck, nein, na shit, vor allem bei späteren Szenen mit Jon, äh, dann noch, weil, bleiben wir ehrlich, Game of Thrones tötet jetzt auch nicht immer jeden, ne, aber trotzdem ist die Serie natürlich dafür bekannt, immer mal wieder gerne, auch teilweise für Leute, die halt die Bücher nicht kennen und jetzt vor allem ist ja bei vielen auch schon über die Bücher hinaus, einfach mal jemanden zu töten, so, man denkt sich dann halt so, fuck, ja, dass Rickon nicht überlebt, war für mich irgendwie so halb klar, aber ich hab halt trotzdem immer noch mal so diesen Glimmer an Hoffnung gehabt und, äh, deswegen fand ich das halt auch cool geschnitten, dass der vorletzte Fall, ähm, wurde dann so ganz schnell hin und her geschnitten, man denkt, oh, jetzt gleich trifft er ihn, dann schlägt er doch so kurz vor dem Fuß ein, Rickon knickt ihn noch so mit seinem Knie ab beim Vorbeirennen oder so und der letzte Fall, das ist dann quasi so geschnitten, dass man gar nicht sieht, dass Lams ihn abschießt und dann wird er plötzlich getroffen noch und dann, ja, ist halt doch vorbei, ne, weil mitten in die Brust irgendwo, Lunge, Herz, whatever, ähm, ist halt dann schon tödlich, beziehungsweise spätestens der Tod, weil das hat Ramsay natürlich nur gemacht, um Jon Snow, der auch voll drauf eingegangen ist, alleine ohne irgendwelche Truppen vorgeritten ist, ähm, in Reichweite der Bogenschützen von der Bolton-Armee, äh, Armee, Armee und, ähm, ja, aber dann gibt es natürlich eine relativ epische Szene, weil dann schicken sie auch die Bolton-Reiter los und Jon steht da so und da gab es auch schon oft diese, diese, so Memes, jetzt irgendwo auf Instagram, Twitter, whatever, ähm, wo sie das so mit, Rücke des Königs verglichen haben, wo Argon dann vor Mordor steht und dann für Frodo und dann losläuft und so, keine Ahnung, halt ein ähnlicher Schaut, wenn man so will, aber Jon Snow steht da so mit Longclaw und überhaupt total episch, ja, und man denkt sich so, shit, ähm, was passiert jetzt, weil, ne, seine Armee ist zwar auch schon vorgerückt und die haben auch ein paar Reiter, die haben zwar generell nicht so viele Pferde wie die Boltons, aber haben auch ein paar Reiter und letzten Endes treffen sie unfassbar krass aufeinander, also keine Ahnung, wie schnell wird so ein Pferd, muss man sich ja mal fragen, schnell, scheinbar, und, äh, Treffen dann wirklich voll krass aufeinander, super intens, und, ähm, ja, dann gibt's noch so ein krasses Hin und Her und dann gab's dann noch eine Szene, die ich persönlich einfach jetzt nochmal erwähnen möchte, weil ich sie ganz, ganz wichtig finde, ähm, ja, ne, zu Anfang der Season haben wir überlegt, kommt Jon Snow zurück und so, es gab, die meisten haben gedacht schon, ja, ich kannte aber auch ein paar Leute, die gemeint haben, ah, vielleicht, ich glaub nicht unbedingt, ne, so, und seitdem er zurück ist, hatte ich vor allem auch das Gefühl, dass er nicht so ganz gewollt da ist, dass er immer so sagt, das ist immer so, ja, okay, wir erobern halt Winterfall zurück, und, ja, aber sich nicht ganz so zum Leben an sich, wenn man so will, entschlossen hatte, für sich selbst, ja, und, äh, da hatten wir jetzt einen relativ metaphorischen Moment, weil an einer Stelle, es bildet sich dann quasi einen Leichenhaufen auf einer Seite auch total krass, und dann kommen die Boltons mit, äh, Schildern, so, äh, im Römer-Style mit so langen Speeren und machen so eine Schildwand einfach, und im Endeffekt sind die komplett surrounded, und, äh, wird irgendwann John auf den Boden gerissen, fällt, ja, er meint ja vor dem Kampf auch noch zu Melisande, riff er fort und bring me back, ja, fällt quasi wirklich im wörtlichen Sinne nieder, und, ähm, ja, über ihm ganz viele Leute, ne, Leichen werden auf ihn gedrückt, ich glaube sogar irgendwo ein Pferd liegt da rum und shit, und, äh, er kommt da kaum noch raus, so einen Moment hat er, hat er dann wohl denkt, so, ich könnte hier einfach liegen bleiben und überhaupt warten, hat Kit Haringen auch in so, im Interview dazu noch gesagt, ähm, ich weiß nicht, ne, so, und dann, aber dann schließt er sich, doch, äh, quasi zurückzukommen, ja, für sich nochmal, das ist so die Wiederbelebung im metaphorischen Sinn, für sich nochmal wirklich auch aktiv, wieder, äh, da rauszukriechen, und, dann dieser Shot, wo man von oben, äh, rauszoomt, und er aus der Masse aufsteigt und, äh, Luft schnappt, und das ist natürlich auch nochmal so ein, quasi, das haben auch viele mit Ice and Fire, wir haben ja auch noch Daenerys, und war das, als sie damals, und das war nicht Marine, oder? War es Marine? Wo sie auch quasi aus den ganzen Sklaven, als die Königin hervorgehoben wurde, und dann auch so ein bisschen von oben, und so, und die Shots wurden dann relativ, äh, oft miteinander gegenübergestellt, was ich auch passend fand, und wie gesagt, ich bin, glaubt es ja auch, ja, ich glaubt, dass Game of Thrones jetzt vielleicht auch, äh, manche, für manche vielleicht ein bisschen Klischee, oder zu simpel, oder zu, äh, 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 zu, äh, vorhersehbar, oder was auch immer, aber, ähm, ich find das ganz, ganz gut, und ich freu mich schon auf das erste Treffen, wenn Arya auch wieder in Westeros ist, wo ich auch noch nicht sicher bin, ob wir das nächste Folge sehen, oder erst nächste Season, äh, und alles mögliche, also ich bin sehr gespannt, ähm, ja, aber allgemein sehr coole Schlacht, letzten Endes, gewinnen natürlich auch, äh, Jon Snow und so weiter, aber nur, dank der, Ritter, äh, Knights of the Vale, die mit Lillefinger dann reinkommen, und das hatten auch viele relativ, seltsam, dass Sansa Jon nix gesagt hat, dass sie Lillefinger einen Brief geschrieben hat, und so weiter, ähm, ich weiß nicht, ich glaub, das wird auch nächste Folge nochmal vielleicht ein bisschen adressiert sogar, dass, ähm, Lill, oder das, äh, naja, dass Sansa Jon zwar als ihren Bruder liebt, und alles mögliche, und überhaupt, aber eben doch nicht irgendwie ganz vertraut, und nicht unbedingt, weil er irgendwas gemacht hätte, sondern, weil sie generell Vertrauens, ähm, Vertrauensissues hat, mit Leuten, ja, und, ähm, Komplexe, Vertrauen, ein Vertrauenskomplex irgendwie hat, und den halt da jetzt nicht so ganz überwinden konnte, das ist ja, ja, und natürlich von der Show an sich war es auch so gemacht, damit Jon halt auch wirklich selber auch kämpft, und mit da, äh, bei ist, und nicht nur so wie Ramsey zum Beispiel, der die ganze Zeit da oben auf dem Hügel nur stand, und, ja, mal Schlacht verloren, und so rein nach Winterfell, und das fand ich auch unglaublich nice, dann wird er von Jon Snow, One One, dem Riesen und Torment, und logischerweise dann, in der Nachfolge, und auch von ein paar anderen Soldaten verfolgt, und, äh, kommt so rein, meint so, the army is gone, und dann irgendein, Spoten-Typ, our army is gone, yeah, but we have Winterfell, they don't have the soldiers for a siege, und dann kommt einfach nur One One, ja, von wegen Belagerung, so gelacht, smasht die Tür nieder, ähm, ja, kriegt tausend Pfeile in sich rein, Ramsey finisht ihn dann auch noch auf, äh, mit einem Pfeil ins Auge, und dann ist One One leider weg, auch schade, ich mochte ihn, also, keine Ahnung, war irgendwie nett, ne, auch diese Folge, äh, diese Season allein schon, wo Jon quasi die White-Lings nochmal rekrutiert hat, und dann so, eher nur so, Snow, und so, ne, egal, ich mochte ihn, ähm, nichtsdestotrotz kommen dann die ganzen White-Ling-Soldaten rein, quasi, und, ähm, ja, äh, überwältigen die Bolton-Soldaten quasi, und das ist auch, ich finde es schön, dass das Ende des, also das absolute Ende der Schlacht quasi jetzt im Hof von Winterfell mal wieder war, und, ähm, ja, ne, dann meint Ramsey halt völlig surrounded von Truppen, und dann so, ja, wir können jetzt doch One One machen, eins gegen eins, wie wär's, ne, fängt aber hinterhältig an, Jon mit dem Bogen abzuschießen, der schnappt, wirft Longclaw einfach beiseite, schnappt sich ein Schild, äh, blockt die drei Pfeile da ab, und dann das Schild voll in den Magen, wirft sich auf Ramsey, kloppt ihn, fast tot, ja, richtig aggressiv, das war auch für viele dieser Moment, wo sie meinten, ja, könnte es jetzt auch aufhören, ja, ich persönlich, fand es halt genau die richtige Länge, ne, Ramsey hat, sah zwischendurch auch so aus, als hätte er es noch ein bisschen genossen, äh, Ketarinkin hat aber wohl beim Dreh, äh, den Schauspieler von Ramsey wirklich ein paar Mal aus Versehen getroffen, war aber jetzt nicht das Problem, der hat es relativ locker genommen und so, aber, naja, sowas passiert dann halt, ne, ähm, ne, aber, dann kam halt Sansa und Sansa hat, äh, Jon hat Sansa gesehen, hat dann aufgehört, äh, gab verschiedene Meinungen dazu, eine, äh, ist von wegen so, hey, er hat sich in ihr wieder gesehen und wollte jetzt nicht zum Monster werden, die andere ist, die ich auch eher, äh, für, ja, logisch halte, dass er gedacht hat, es ist nicht mein Job, Ramsey jetzt hier zu finishen, sondern das kann Sansa machen, die hat nämlich mehr eine, äh, ja, History mit dem und, äh, äh, dementsprechend, kommt es dann auch dazu, Ramsey sitzt im Zwinger und dann lässt Sansa die Hunde rein, mal halt noch so, kriegt noch, wirklich das Payoff und ich fand's gut und Ramsey war sich wirklich irgendwie noch relativ sicher, dass die Hunde ihm nichts tun werden, also seine eigenen Hunde, aber er hatte sie halt sieben Tage nicht gefüttert und das reicht bei Hunden dann gegebenenfalls doch schon, vor allem wenn sie vorher schon Menschen gefressen haben, ähm, ja, ja, und dann ist Ramsey halt Geschichte und Sansa geht noch aus dem Bild lächelt und so und meinte vorher noch zu Ramsey, dein Name wird vergessen sein, dein Haus wird vergessen sein, weil Bolton tatsächlich ist ja jetzt eigentlich quasi weg, weil Ruth ist ja schon durch Ramsey gestorben und überhaupt, sonst gibt's ja auch keinen mehr, ähm, ja, ähm, Ramsey meinte noch sowas von wegen, äh, I'm already part of you oder so, das haben jetzt manche wieder so interpretiert, ah, ist Sansa schwanger oder überhaupt, ich glaub nicht, dass sich das wirklich, äh, ausspielt, irgendwie, dass Sansa jetzt so noch von ihm kriegt oder so, glaub ich, glaub ich irgendwie nicht, ähm, ich glaub eher, das war so von wegen, ich bin in seinem Kopf und so, so Mindgame-mäßig und, äh, ja, aber gut, ich fand, es war eine sehr geile Folge, ich hab sie mir jetzt auch schon zwei, nee, zwei oder dreimal angesehen, ähm, wirklich sehr nice, ähm, und ja, ich bin auch gespannt natürlich aufs Finale, also wirklich sehr gespannt, wie sich das nächste Woche alles so ausspielt, und, ähm, ja, wir haben ja noch einige Storylines, ich bin gespannt, ob Arya nochmal vorkommt, ich bin gespannt, ob der Hound nochmal vorkommt, und ich bin gespannt, wie sich die ganze Sache in King's Landing ausspielt, ich, wie gesagt, habe die Theorie, dass Cersei Wildfire unter dem High Sept, also dem Tempel gefunden hat, wo dann auch das Trial stattfinden wird, oder es da deponiert hat, und dann, boom, ja, einfach mal King's Landing abgefackelt würde, ich habe ja auch nochmal, ähm, ich weiß nicht, die Daenerys, also die Flashbacks von Daenerys, als sie in diesem einen Tempel war in Season 2, ähm, oder in, ja, von diesen komischen, mystischen, super krassen Zauberhexern, das ist die offizielle Bezeichnung, ähm, da hat sie auch so, oder was heißt Flashbacks, so Visionen gehabt, und da war sie auch bei einer in King's Landing, King's Landing völlig eingeschneit, da war das Dach und alles auch kaputt, was wäre, wenn es sich wirklich so ähnlich ausspielt, aber nicht durch die White Walker, unbedingt alles da kaputt ist, sondern halt durch Cersei, weil Cersei jetzt total mad wird, und, äh, alles abfackelt, und, äh, generell versucht, ihre Position zu verteidigen, und, ja, wir werden sehen, bin sehr gespannt, ähm, und, ja, ansonsten schreibt in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt, und überhaupt, wie ihr die Folge fandet, ja, das war eigentlich dasselbe, aber auch die Storylines und die Schlacht, und überhaupt, würde mich alles sehr interessieren, ich entschuldige mich nochmal für die Verspätung, ich hoffe, dass es nächste Woche wieder früher klappt, und, ja, vielleicht mache ich auch nochmal einen Podcast, so, generell zu Season 6, und überhaupt, wo wir jetzt so stehen, ähm, dann im Laufe der nächsten Wochen, je nachdem, wenn ich noch jemand finde dazu, mal sehen, egal, danke fürs Zuhören, bis dann. We have so many enemies now. The Freys, and the Lannisters, send their regards. What do you want? I thought you knew what I wanted. Tell him what you did to her. Tell him! Are you afraid? Good. You're in the great game now. And the great game's terrifying. You're in the great game. You're in the very misma. Untertitelung des ZDF, 2020